Hallo meine sieben Zwerge, habt ihr alle gut geschlafen? Mami ist gerade draußen, sehr widerwillig, aber muss ja sein. Alle sind gefüttert, das Bettchen ist frisch und neu, die Gewichte sind gut. Zwei sind konstant, die anderen haben schon zugenommen mit dem Gewicht. Und alle haben auch ihren ersten Stuhlgang gehabt. Alles ist in Ordnung. Hi Aaron, Frauchen freut sich schon, die kommt nicht bald besuchen, mein Schatz. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir grüßen euch ganz herzlich aus Schönefeld. Bye bye! Bye! Bye bye!